Hallo, herzlich willkommen, hier ist der Manni. Ich grüße euch aus dem Trainingslager in Österreich aus Zams. Ich bin hier mit Marlon Frey. Herzlich willkommen, Marlon. Wie geht's dir, Marlon? Gut, und dir? Mir geht's auch gut, Marlon. Wie hast du die heutige Einheit verkraftet? Ja, heute Morgen war es relativ entspannt noch. Jetzt bin ich gespannt, was heute Nachmittag passiert. Und was glaubst du, was passieren wird? Ja, ich denke, dass es nochmal eine Nummer anstrengender wird und vielleicht am Ende nochmal ein paar Läufe. Okay, diese Läufe. Wie kommst du denn klar mit den Läufen, Herr Frey? Ja, am Anfang war es schwieriger, jetzt mittlerweile geht's. Okay, gut. Freut mich. Das Training gefällt dir? Das Trainerteam gefällt dir auch? Ja, das Trainerteam ist sympathisch, entspannt. Klar, ein bisschen hart, aber das gehört dazu. Training ist auch als gut, Mannschaft super. Mannschaft super, dann kommen wir gleich zur Mannschaft. Wen kennen Sie gut aus der Mannschaft oder mit wem haben Sie einen guten Kontakt? Kennen tue ich noch keinen gut, aber natürlich verstehe ich mich mit dir gut. Habibi! Und mit Max Littgen, ja. Max Littgen, ja. Max Littgen, okay. Und was sagen Sie zur Stadt Kaiserslautern generell? Hab noch nicht so viel gesehen, aber relativ klein, aber kommt sehr sympathisch rüber, familiär und gefällt mir. Gefällt dir, okay. Herr Frey, was waren Sie in Ihrer Freizeit so? Ja, im Moment suche ich erstmal eine Wohnung oder ein Apartment, wo ich dann für das Jahr wohnen kann. Sonst relativ viel im Hotel. Wenn ja das hier !"